Guten Morgen, liebe Wandelfreundinnen und Wandelfreunde. Ich bin in Iverdau-Lebaix angekommen und gestartet zu unserer Stadttour. Heute bin ich unterwegs mit meiner Gute. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Ich bin jetzt hier in der Mitte von Iverdau, in der Stadt, die Altstadt. und gehen jetzt der Wiesegasse vor Richtung Schloss, ganz eine schöne Altstadt. Es ist heute im Wolken kalt, ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt, ich habe das nicht gewartet. Jetzt kommen wir doch näher vom Schloss. Ich habe das nicht gewartet, ich habe das nicht gewartet. Die Kirche von Yves d'Oléven. Hier vor uns das Rathaus. Und hier noch das Schloss. Ich habe das nicht gewartet. Da befinden wir uns jetzt vor dem Schloss an dem besagten Kanal, wo ich schon im Wesson-Film beschrieben habe. Hier sollte die Verbindung eigentlich stattfinden vom Rhein in die Rhone. Wurde aber fast nie benutzt und auch nicht fertiggestellt. Hier nochmal das Schloss. Das ist wirklich eine interessante Stadt. Jetzt nochmal ein Blick zum Schloss. Ich habe das nicht gewartet. 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 Ziel oder Tier und weiter oben heisst sie Orp und hier drüben, dieser Seite, ist der Bahnhof von Iwakron.